Vorstoß zu zerstören. Unsere Geschütze müssen unbedingt einsatzfähig bleiben. Viel Glück. Ja viel Glück und hallo und herzlich willkommen bei Let's Play ne Runde Battlefield 5 mit dem alles beliebten Piccolo. Ne Karacho. Hallo zusammen. Hat so ne leichte Namensanwandlung gehabt. Da ist er. Kann noch gar nicht laufen. Ach geh noch nicht los. Ich auch nicht. Ne ne ich kann mich nur umgucken. Ah da oben steht er. 40 Sekunden jetzt. Hast du einen schönen Hinterkopf. Sehr schön. Salatschüssel. Mach bitte kein Loch rein. Geht glaube ich nicht. Auf Lieder auf Lieder. Bewegung so ne Art. Gib mir 40 Squats. Jawohl. Sehr schön. Weiter machen. Was habe ich denn hier für Waffen. Ich habe hier ein Pistoolchen. Ja das war es. Dann bin ich auf die zwei drücke. Du bist Sanitäter. Ich kann uns mit Munition versorgen. Ich habe Munition dabei. Ich habe die vier angezeigt. Aber wenn ich die vier drücke passiert nichts. Ja bei mir ist das dasselbe Problem der eins. Ich kann mein Privatwaffe nicht mehr nehmen irgendwie. Ah jetzt. Mausrad. Mausrad. Ja ja. Aber T kann ich noch was machen. Was ist denn T? T. Marikade errichten. Aha. Okay. Ach das ist ja cool. Ah geht los. Ah warte sie. Junger Paterbahn. Was müssen wir machen. Äh was haben wir denn hier Artillerie. Lädt nach. Auf und. Feuer. 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 Auf die Bombe. Sehr gut. Weitermachen. Können wir gehen. Punkt A oder. Ja. Weiter nach vorne. Haben wir. Wenn ich eine Map drücke dann wird die Mapgröße. Aha. Ja. Okay. Ah ja. Okay. Oh da komm. Komm Bombe. Ja. Sehr hübsche Grafik. Komme ich hier drüber. Ja. Ja gefällt mir auch gut. Woher kommen die dem jetzt? Ich weiß noch nicht. Ich weiß nur. Ich bin auf der Wiese rumstehen. Ist nicht gut. Oh da kommen. ein paar Fallschirme. Ach du Kacke. Volle Deckung. Ach du Scheiße. Feuer frei. Feuer. Feuer. Ich bin schon im Eimer. Hilfe. 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 Aufheben. Aufheben. Ich sterbe. Hände mich. Hände mich. Hände mich. Dreh dich oben. Ochse. Ist er doof. Er sitzt neben mir. Und hebt mich nicht auf. Ah jetzt ist der nächste. Dankeschön. Oh jetzt bin ich da. Was bist du da? Warte ich hebe mir gerade einen auf. Dann komm ich. Komm ich komm ich komme. Ah er holt mich. Er holt mich schon. Oh oh. Vorsicht. Vorsicht. Oh oh oh. Oh oh oh. Wum riecht was ab hier. Oh Granate. So. Mit dem Eimer. Bitte. Granate habe ich gerade noch so gesehen. Hat es mich erwischt. Hilfe. Ich bin getroffen. Rauche. Ich war nicht Täter. Ach. Der Piccolo muss durchhalten. Halten sie durch. Noch drei Sekunden. Zwei. Eins. Trupp spawnen. Takt bin da. Dauber. Der Krabbel ist zum Flugzeug gerannt. Ziel Anton. Sprengsatz. Okay. Hab ich. Hab einen. Bin dann Kopftreffer. Äh. Verstorben. Der Herr Piccolo ist immer noch da. Da werde ich mich hier aufopfern. Ich schnell bei dir ist von. Oder entschärft. Sehr gut. Fünf Sekunden. Ich hab nur noch. Rechts neben diesen zwei Mann gelandet. Hab ich gesehen. Ich hab nur noch vier Schuss. Ich dachte du hast Munition. Ja ich weiß noch nicht wie ich sie werfen kann. Ach ich bin Sturmsolder. Was ist denn hinten? Ab dem Sunny. Der hat irgendwas mitgebracht. Hat er denn hier? Ach nee. Danke. Ich krieg noch mehr Flugzeuge. Vantage werfen. Warten sie. Du bist drüber gelaufen. Hier an deinem Popo. Gute Arbeit. Das ist nicht so. Was hat der denn da hingeschwissen? Der hat den Zünder. Ach der hat den. Ach so. Da ist das Zeichen. Der Zünder. Und der darf nicht ankommen. Alle können wir den mal hier schon bewachen. Haha. Hebt den Zünder auf. Nein. Ich bin wieder getroffen. Da ist alle getroffen. Die 9 Meter. Das wird zu weit. Kommt der nächste angerannt. Hast du eine Granate oder sowas? In welche Richtung? Einfach hier den Weg lang. Ich hab eine Granate für sie. Ich hab eine Granate für sie. Einfach. Ich hab eine Granate für sie. 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 Rechts in der Baum ist einer. Oh. Hat mir ewig. Pass auf. Hab mich auch. Ich hab noch nicht mal gesehen. Mist. Sehr schön. Aber die Koalition klappt ja wesentlich besser. Ja stimmt. Wo kann ich denn jetzt von? Ach wie. Weitere an der Brücke ne? Ach da möchte. Ja ich bin da. Ja ich sehe nicht andere Blick. Ja Grafik ist herrlich. Wir müssen erstmal alles deaktivieren. Linsenbrechung, Quatsch. Bewegungsunschärfe. Wer braucht sowas? Haben wir ausgemacht. Ah wird überlaufen. Das war da schön. Ja. Ziel Anton ist Geschichte. Ziel Anton ist Geschichte. Toll. Oh hier ist auch Munition. Gut zu wissen. Ja da kann ich damit mitnehmen. Nö. Bin voll. Ach voll? Ist nix. Bin ich da. Bin ich sterben. Bin ich sterben. Hier ist Munition. Ach du scheiße. Hinter dem Hügel sieht nicht so gut aus. Panalen werfen. Hepp. Oh oben da kommen die Bomber. Oh ich sehe wen. Aber. Der läuft jetzt den Kanal lang wo wir eben gelegen haben. Ja ok. Er ist tot. Sehr schön. Ne. Ich wollte noch nicht mal. Aber. Erste Hilfe. Greif zu. Schakt weiter in ihre Angriffe zurück. Schön schön. Manage. Hast du inzwischen rausgefunden wie man Gegner markiert? Ähm. Ne. Die musst du lang genug angucken. Hahaha. Du brennst. Ok. Kommen sie zurück. Da hast du. Manage. Hier liegt sie doch. Hast du sie? Ja. Sehr gut. Da musst du sie ungefähr treffen. Ok. Hör ich mal vorkriechen an Flugzeug. Ob das so gesund ist? Nicht. Da hinten liegt der Timer. Da kommt neue. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eine direkt hier im Bach. Ah. Kehrt zurück ins Gebiet, sagt er. Ah. Kehrt zurück ins Gebiet, sagt er. Sehe keinen. Vomitern auch nicht. Vantage werfen. Karl ist wieder. Aua. Hier hat er gekracht neben mir. Ja. Bei mir auch. Heilung. Zack. Irgendeine Munition. Der Feind hat einen Sprengsatz an Ziel Cäsar platziert. Cäsar. Der Typ ist tot. Ich bin aber auch tot. Seien die in der Nähe? Ne? Ne. Ich sehe keinen leider. Ok. Dann musst du durchhalten. Halten sie durch. Genau. Vier Sekunden. Wofür musst du denn da rum? Das sieht sehr komisch aus. Wieso? Du hast ein Gewehrzicht. Ich kann nicht bei dir spawnen. Du musst mal aus dem Tunnel raus. Achso. Jetzt geht es. Alles klar. Wartet. Los. Hilf mir. Verdammt nochmal. Ja. Ihr habt nie erwischt, der Sniper. Zack. Komm zurück Soldat. Aufstehen. Danke dafür. Hier. Komm nicht aus. Hier. Ich baue mal was hier. Soll ich mal ausprobieren? Ja. Mach mal. Hier kann man was bauen. Zurück ins Kampfgebiet Soldat. Ich habe was gebaut. Ich habe was gebaut. Wie geht das? Mit T. Wie Theodor. Guck mal. Ich habe den Gang dazu gemacht. Ja schön. Kann ich das überall machen. Hier kommt keiner mehr irgendwie. Hab ich das Gefühl. Die kommen immer in Wellen, ne? Achtung. Feindliche Flugzeuge mit Verstärkung. Ja. Peinliche Flugzeuge mit Verstärkung. Peinliche Flugzeuge mit Verstärkung. Pass auf links. Links ist ein Sniper. Oh. 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 Ich habe ein paar Wege kassiert. Lebst du noch? Ja. Ich lebe. Ich lebe. Okay. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. vorbei. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich sehe. Hahaha. So nicht mein Freund. Oh. Der Sniper hat sich auf mich eingeschossen. Ich bewache mal das Ding hier. Er liegt noch hier. Ach guck mal. Ich kann da oben mal ne Zellamine legen hier. Ja. Oh. 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 Er wird echt erschossen. Ok, sehr schön. Rache ist prima. Nimm's alle nix. Ich muss wieder bei dir spawnen. Wossen, Piccolo ah, wir sind beide… Ja, Trupps spawnen, mach mach. Ja komm, stehe auf. Au 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 au. jetzt blute ich auch ziel verloren drei von vier irgendwann haben wir falsch gemacht muss man auch entschärfen zwischendurch dann durch kriegst wahrscheinlich mehr punkte ja okay klar aber musst du erst mal machen genau jemand den nachschub abräumen haben jetzt vergeigt oder weiter weiß jetzt nicht genau was das heißt dass wir nur drei von vier zielen oder drei von vier verloren haben war jetzt gut war jetzt schlecht das ist eine gute frage ich bin gespannt wie weitergeht war die runde jetzt komplett vorbei ne war sie nicht dann hätten wir ja punkte gekriegt jetzt kommt die nächste mission glaube ich die nächste die darauf aufbaut okay dann bleiben wir noch am ball tag zwei gegen jerry eingesetzt unser intervallbeschuss hat ihre reihen ausgedöhnt und sie geschwächt haltet eure sektoren bis ihr zum rückzug mal angreifen bonus vom vorigen tag kein bonus und kämpft weiter habt selbstvertrauen und setzt euch durch da machen wir letztens durch sunny beitreten zack lang nicht gesehen der schokoladen topf gefallen als du das kannst kannst du mit v den schussmodus deiner waffe auch ändern okay ich kann nicht anvisieren okay aber höreste klicken oder nicht probier mal hier so ein paar testen durch gerade nahkampfangriff auch noch hier wundert mich nahkampfangriff habe ich auch nicht eine maus ja jetzt kannst du im moment eh nicht angreifen ist bestimmt maustaste das kann sein okay gucken wir uns mal kurz noch die map an haben wir 14 sekunden was müssen wir machen da steht leider nirgendwo ha ne ach die sind alles wie es noch level eins sind noch totale gucken okay so los geht es geht's wohin verteidigen ach so das ist zu rechter und linker haben also hier bleiben quasi er ist schon tot war kommt einem auto angedüst ich helfe ich helfe dir warte 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 das problem ist schon ein graben durch kommt geradewegs auf dich alles klar er kommt geradewegs auf dich vor schreiten okay wir sind jetzt natürlich noch totale kacken hubs hier war aber ich gerne rauskommen aber das geht es im lauf des abends glaube ich schon endlich muss da erstmal sehen wo er ist wohin muss so jetzt bin ich bei dir wieder und somit herrlich habe ihn aber auch von rechts kommt irgendwie was habe keinen keine emotion mehr an dem jeep da heilig steh auf komm 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 wo ist er denn wo ist er denn da genau durch jetzt links an dem lkw vorbei an den jeeps da hinten okay das ist kein jeep und ein lkw schande über dich schäbenhaft kann ich beitreten ja nütze nichts sie müssen uns durch kämpfen wie es aber auch schon unter ne ne bleib bei b okay okay bleib hier kommen wir gar nicht raus das ding nein nix die bertha verlieren das lassen wir mal schön sein da kommt ein panzerwagen ach du kacke oh ja oh ja oh ja wir im panzerwagen haben alles platt gemacht er hat hinten eine flak dran da sitzt einer der ballert während der fahrt krass ne das ist ja typisch das ist doch ich brauche mal da unten ich bin da ich bin und bis mal egal ich renne über die brücke der punkt b wieder haben können wir nichts nicht gefallen lassen die r ist klar noch wert sonst wollen wir mir bist du da drei sekunden Ich warte hier, im Gebüsch, hekki hekki. Ja bin da, bin da. Alles klar. Was ist denn jetzt hier? Boah der hat mich. Hast du ihn? Ach, shit. Ah, okay. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, Koalition ist noch... Natürlich noch schwierig. Wohin gehen wir jetzt? Ach, jetzt bist du da. Okay, dann spawn ich auch da. Wunderbar. Wohin, wohin denn? B, B ist wieder uns. Ach, schön. Sehr gut. Nee, weil die beiden Punkte verloren haben, sind das jetzt hier, wo wir gerade gespornen sind. Punkt A, Punkt B. Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt haben sie uns sozusagen zurückgedrängt. Ja. Genau. Komm, wir gehen mal hier in das Gebäude. Kann man hier irgendeine schöne Position sich... Jo, sicher. Hier haben sie ein Fenster hier oben. Ich komme. Wenn nicht schon zu spät ist. Boah. Nee, ich setz dich mal hier an die dicke Kabufte. Komm mal her, mein Freund. So. Sag mal, ähm. Sieht man irgendwie, wo man was bauen kann? Ach hier, der ist ja sicher. Das ist so ein Hammer-Symbol. Ich, ich... Ich hocke hier an der dicken Wumme. Beachten sie die Brücke. Kommt aber keiner. Leider. Kann ich da hinten die Hütte abreißen? He? Okay. Hab ich gut in der Hütte gesessen? Kommt aber keiner. Okay. Ja, da haben sie schon Sandsäcke gebaut oder was? Ja, ich glaub, ich weiß nicht, ob die schon waren. Oder ob die die jetzt gebaut haben. Eine, doch, der eine baut ja auch was irgendwie, ne? ich hab das aber noch nicht ganz so aus wie man das jetzt macht der bau doch ich leck dich zusammen soldat ausstehen panzer 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 ich lauf zurück ich geh zum geschützt hat irgendetwas böse gescheppert ich bin beim brennenden panzer ich gehe die brücke oder woher kommen sie wir sind in dem haus oben drin ok ausstehen sprengladung scharf scheiße hier ist zu weit ich gehe zurück schießt denn da wo bist du ich bin nur am heilen wie wie sauf in der hütte drin hier wo ich es ruhig lang guckt da unterm dach guter wurf nein ein bisschen zu hoch dann mister ist immer noch oben auf dem dach jetzt herunter gesprungen die fenster bei der seite sehr gut ok die ganze hütte ist zerfetzt worden nach fünf sekunden kann ich bin jetzt worden ok ich gehe in deckung ja bin gespawnt hinter ist glaube ich einer ah ne war ein eigener machst du da reißt du die achso achso ich versuche die flugzeuge die jetzt hier bombardieren einer weg durch die wand er ist tot haben wir noch einen Sunny hier ne ich bin der einzige der an Sunny umbrennt gibt es doch gar nicht Herr Piccolo sitzt noch am geschütz hehehe irgendwer ist da siehst du den roten Strich an dem W ja stimmt also muss einer hier irgendwo in der Nähe sein ich sehe auch wo äh ne doch nicht dachte mach ein bisschen mach ein bisschen eigene Mann ah ich habe gesehen im Haus im Haus auf der anderen Straßenseite kann ich jetzt nicht näher beschreiben Flugzeug zerstören ich gehe da rein jetzt ich kümmere mich um dich ich kümmere mich um dich du hast mich gerettet Feuer eröffnen das sieht doch erstmal hier ganz gut aus ja kann man ein bisschen was aus dem zerstörten Haus wieder aufbauen vielleicht bitte kann man ein bisschen was von dem zerstörten Haus wieder aufbauen vielleicht ich habe einen Hammer in der Hand ich laufe hier rum wie ihre nebenan sind Tote hab ihn ist schön komm steh auf mein Junge ah jetzt bombardieren sie hier wieder waren die Stufe 3 immerhin ich weiß wo ist du Sau Sack irgendwo die Ecke lehnen oh 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 in der Hütte wo ich gestorben bin siehst du auf der Map drei Mann drin wir verlieren Zielbertha komm bei dir rein wir verlieren Zielbertha ah scheiße ausgerichtet verdammt Mist ja darf ich denn bitte beitreten und beintreten wo ist mein Freund ah Werter müssen wir zurückholen auf jeden Fall ja definitiv aber das war gerade gar nicht zu schlecht ich habe mich ein bisschen nach vorne gekämpft yeah hahaha ich bin am Haus ja ich bin ein bisschen zyckig ich sehe sie schon da rumrennen überall ach scheiße ich habe den Sniper habe ich noch im Haus weg gemacht aber dann bin ich leider auch gestorben ich erledige glaube ich zeitweise immer so komische Aufträge ich habe noch keinen Plan ich habe noch keinen Plan wann ich respawn kann man nicht gehen drüber laufen gehst du um die Brücke ne lieber nicht ich meide die Brücke ich auch ja man hält so ungern das Köpfchen raus ja ja okay die bleiben aber weiter hinten wir müssen Flieger boah er hat es aber gekriegt ich wäre einsatzbereit ich bin beim Haus okay ich bin ein bisschen zurückversetzt weil ich den falschen Winkel angelaufen bist äh Granate hebe da rüber zack ach das geht es nicht komm bei mir wie lange noch hallo ja warte ich nehme eine andere Klasse zack und da bin ich gelassen da der im Geschütz ist dran scheiße hockt einer genau auf den Hof pass auf Aston? ne? ja jetzt aber ne 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 links ist noch einer ja ok ha 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 Handvoll Gegner hat er gesagt ach sagt er so aiaiaia so 3 Sekunden bin ich heute da wie viel denn noch wie viel denn noch keine Ahnung weißt du nicht wann M zu Ende ist 34 noch 34 33 ich glaub der Feind hat nur noch 33 Verstärkungen ah ok ah ok oder wir oder wir und dann wir sind schon 70 Minuten dran heiliger Strohsack ich seh nix ich seh nix ich geh weiter vor die Reihe die Seite waren für sich ganz gut ok brauche mich mal brauche mich mal scheiße einen habe ich erwischt aber ich brauche einen granate zack ja der ist zu dem Haus ja komm Karl kein Problem komm mitten auf dem Hof kein Problem hab ihn sehr schön steh auf ihr freund ah verdammt was war das denn da hast du mir keine munition granate hast du mir so einen Arsch gelegt ha 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 ne wirklich nicht hier munition bam tot jetzt sah ich aber wirklich nicht jetzt sah auf jeden Fall köstlich aus ich rette ihm das Leben und der Hund legt mit der Granate unterm Arsch so sind sie wo ist er hier noch 13 12 ja ja wir haben würde zurück ich höre was fahren panzer dem kann ich kann ich nichts entgegenstellen ja ich hab eine mine hier gelegt wir müssen den hier links und rechts umlocken zu uns ich weiß es macht er natürlich nicht ich gehe hinten ran einer ist im haus drinne oben auf dem dach den habe ich oben auf dem dach den hat er eine fette bumme ach du scheiße 0 0 steht da die deutschen ihre wunden lecken werden wir uns zu einer günstigeren position weiter im landesinneren zurückziehen da dort werden wir uns ihnen nach unseren regeln stellen und erneut siegreich bleiben genau genau werden wir leider müssen wir hier aber mal hatten wir sind ich glaube bei 30 minuten und den nächsten teil der nächsten aufnahme würde ich sagen ja das war ja schon viel besser würde ich sagen ja stimmt war okay ja ich hoffe ihr hattet fun wir müssen uns natürlich einspielen aber das wird noch in diesem sinne soll ich bis zum nächsten mal habe die erde tschüss tschüss